Ein herzliches Willkommen an euch, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Auf der Suche nach Henry Avery. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Transact für euch am Mic. Heute geht's weiter hier mit der spannenden... Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Mit einer weiteren spannenden Folge Uncharted 4. Ich werde hier von den beiden Down unterbrochen, weil die ihren Brabbeln nicht halten können. Sams Feuerzeug. Da ist er. Auf den Spuren von Sam. Was auch immer wir suchen. Es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Jetzt sind wir wieder am Schalter suchen. Gehen wir mal nach oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Spiel geht irgendwie nie zu Ende. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Schatz. Hier ist aber auch nirgendwo was. Kein Wunder, dass Naughty Dog immer so lange braucht, um neue Spiele rauszubringen. Die Spiele, die gehen ja immer eine halbe Ewigkeit hier. Hier so wird, glaube ich, schon gewesen. Ist da noch was? Ne. Wo ist der Schalter oder der Schlüssel oder was suchen wir jetzt hier? Hier ist nix. Suchet, so werdet ihr finden. Da ist was. Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Vielleicht war das doch kein Schalter. Hm. Da. Da. Wow. Die Frau ist einfach genial. Komm, Schatzi. Lass uns mal runtergehen. Ja. Das war ja eine coole Aktion mit der Treppe. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Und wir haben unsere Taschenlampe wieder. Ja. 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 Dann hat sich Avery wohl eine Panikhöle gebaut. Ja. Ja. wohl hinführt ups müssen das hier sieht nicht stabil aus gott wie viel kapitel gibt es hier noch in diesem spiel jedes kapitel dauert drei bis vier stunden hier das war frische fußspuren sie müssen hier lang sein was sagst du ist ich wollte nicht schießen ich wollte die taschenlampe aktivieren unterirdischer das finde ich ja nun wieder cool muss ich sagen unterirdische gänge liebe ich ja ich wette in der dienst leute verwenden dynamit wo sie nur können ziemlich dämlich machen wir sie nach auch das war scheinbar nicht richtig ach so dass er den fuß da habe ich eben gar nicht gesehen die fuß abdrücke drauf wäre gar nicht so schlimm wenn es nicht zu knarren würde einfach nicht wo keine fußstattung sind und entspannt geschafft die spur ist hier zu ende vermutlich ist der gang hinter ihnen eingestürzt ach das wäre schade na toll ich würde sagen wie immer wir kommen ja nie durch die normalen zugänge wir müssen immer einen anderen weg nehmen und ein bisschen länger auch nö verdammt hey hast du noch sams feuerzeug ja gute idee komm schon komm schon komm schon klar ist das ding leer auf dem scheißbrot hat er wie ein schlop gequallt ganz ruhig ich hab noch streichelt wirklich na wie schön na bitte und es werde licht wo bist du denn da bist du ich kann nichts sehen auch nun macht doch wieder licht an mensch kann es sich nicht ich sehe nichts na endlich nur mal so denken danke erinnert mich ein bisschen an toprider grad komisch was du romantisch nennst wir suchen uns hier ein dunkles plätzchen aha schon geil gemacht äh hier ist er grad wieder zurückgegangen oder ja Nate hier lang du bist ja lustig ich sehe hier nichts da gehen wir doch wieder zurück oder ist das ein weiteres ich hab keine ahnung gehen wir jetzt zurück oder gehen wir weiter nee das scheint zurück zu sein da oben sieht vielversprechend aus räuberleiter ja na komm ok los geht ok und jetzt du schon super geil gemacht vorsicht kopf ja also ich muss sagen jetzt so die letzten zwei drei kapitel waren richtig cool hier geht's nicht lang da geht's nicht lang erstmal das unter wasser die schießerei da die war richtig cool da oh wow was zum Henker ist das die Hände die mich bestahlen wow an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht mir gefällt's hier nicht mir auch nicht raus hier kann man das anstecken hier ok ok hier geht's nicht weiter die trottelt mir natürlich hinterher also hier da ist zu also kann das ja nur hier lang gehen ist das etwa oh das war eine Falle eine Falle Avery wollte wirklich nicht dass jemand hier runterkommt ok pass auf dich auf ich? du bist doch darauf getreten gut pass auf mich auf ach du shit wo soll wir denn hier jetzt nicht rauftreten oh das war knapp bist du ok so weit so gut bleibe lieber ein Stückchen zurück ja die haben's überstanden geile Idee absolut geile Idee da geht's jedenfalls nicht weiter das ist rutschen baby links oder rechts baby das war knapp oh oh shit wie viel sind das denn ne Baby, wo bist du? Ich muss erstmal wieder einen Augenblick verschaffen. Oh, okay. Die Mumien, so. Oh, mal eben schauen, was hier lang geht. Oh, das ist noch frisch, ja? Dynamit. Ja. Ach du Scheiße, drei Wege? Ne, zwei. Oh, und wieder Alarm hier. Zauber. Bis jetzt läuft's gut. Ich muss den ein bisschen näher kriegen. Nun geht er runter. Runter, runter, runter. Lieber auf der Hinter. So. Die nehmen wir uns auch schon mal, ja? Ja, meine Lieben, und an dieser Stelle machen wir auch, wenn's noch so schön ist gerade, einen Cut. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.